Bei dem nächsten Gedicht werden Sie schmunzeln über den Sarkasmus und beim Epilog wohl etwas nachdenklicher sein. Kreuz und quer wurde geschrieben wohl zu der Friedensgedichten, die Heinz Erhardt geschrieben hat. Er wurde in der Zeit inspiriert von einem Erich Kästner, einem Christian Morgenstern und einem Joachim Ringelnatz. Kreuz und quer und danach Kreuz und quer als Epilog, wobei der Text diesmal von meinem Vater stand. Es sprach der junge Rittersmann, was fang ich bloß zu Hause an? Knapp, Packe, Sack und Kisten, knapp, Packe, Sack und Kisten. Wir ziehen an das Kriegsgewand und ziehen aus ins Morgenland im Namen aller Christen, im Namen aller Christen. Gesagt, Gitter, sowohl der Knapp als auch der Ritter reisten ab. Sie reisten und sie reisten, sie reisten und sie reisten. Sie trafen Regen, Sturm und Blitz und dann im Morgenland die Himmels, die störte sie am meisten, die störte sie am meisten. Sie trugen stolz der Rüst und Zier und auch den Helm mit dem Visier. Obwohl sie transpirierten, obwohl sie transpirierten. Und stand die Sonne im Zenit, dann sangen sie ein frommes Lied. Das half, wenn sie marschierten, das half, wenn sie marschierten. Sie schlugen trotz der Übermacht des Freundes in einer Nacht mit Mann und Ross und Wagen, mit Mann und Ross und Wagen. Es fiel so mancher Heidenhund im heißen Wüstensand auf Grund der Kirche sozusagen. Nach siebzehn Monden kehrten dann der Knappen und der Rittersmann mit Sack und Pack und Kisten. Mit Sack und Pack und Kisten heim ins gelobte Abendand und zogen aus das Kriegsgewand und wurden wieder Christen und wurden wieder Christen. Und nun der Epilog. Zwei Ritter aus dem Abendland, aus USA und Engeland. Die wollten Kreuzzug spielen, die wollten Kreuzzug spielen. Die Herren hießen Busch und Blär und was sie taten, war dumm und quer. Was wollten sie erzählen? Zu viele Menschen fehlen. Sie zogen ein in den Irak, Europa warnte und erschrak. Sie wollten sich dort kloppen. Sie wollten sich dort kloppen. Sie brachten Bomben, Angst und Leid, Zerstörung, Tränen, Tod so weit. Und waren nicht zu stoppen. Der Busch, der tönte laut vom Sieg, nur Chaos blieb und Bürgerkrieg. Und Hölle tot verderben, und Hölle tot verderben. Und als das Land dann ward verbrannt, sind sie ganz schnell nach Haus gerannt. Zurück blieb nur das Sterben. Zurück blieb nur das Sterben. Der Bürgerkrieg erzeugte Hass und was dann kam, war schlimm und krass. Der IS war die Folgen. Der IS war die Folgen. Die Menschen flohen übers Meer und übers Land. Ein großes Heer, wie eine schwarze Wolke, wie eine schwarze Wolke. Und jetzt stehen diese Menschen hier. Das Abendland erdrückte Scheer. Ein Rechtsruck wird es geben. Den Rechtsruck hat's gegeben. Man kann dann Menschen nicht mehr zählen, die einen neuen Führer wählen. Und dann, was wird's dann geben? Europa wird dann leben. nach oben auf den Ära, nach oben oben in den Ich. Vielen Dank.